Alles fängt immer an mit Ihr kennt es So fängt alles an Der redet wie Basti Großer Erfahrungsmensch hier von Ich dachte wie Basti reden würde Ihr kennt das alle Man ist im Kiosk Und man sieht eine Pokémon Box Der Streamer Trimax und der Streamer Papa Platte Sind hingegangen und haben sich einfach mal Ein ganzes Display gegönnt So würde was reden Nochmal Ihr kennt es Ich gehe hin zum Fenster und ich mache das Fenster auf Und genauso ist es in Minecraft Ihr kennt es Man hat nicht viele Papa Points Weil man eventuell der Mario Kart auf No gesetzt hat Aber Jetzt kommt Super Mario 64 ins Spiel Wo Leute immer noch denken Ich könnte es nicht Das heißt Ihr habt hier die Möglichkeit Easy Points zu machen Die einfachsten Points Average In der du für Fenster auf den Treppen steigen Ihr müsst alle eure Points einfach nur auf Ja setzen Und ihr habt Easy Points 50% werden nicht dran glauben Aber ihr glaubt dran Und ihr werdet eure Points double Geht einfach all in auf Yes Chat Das ist das Laatende Vielen Dank.